Wie öffnen die Pflaschen? Das schönste... Gibt es noch einen Trick? Das geht doch nicht! Kann ich nicht. Das ist nicht gerade, das könnte jetzt daran scheitern. Daran scheitert es auch tatsächlich. Gib mir noch mal ein neues Blatt. So machen wir das. Und noch ein zweites. So machen wir das. So machen wir das.